moin leute was geht und willkommen zu einer weiteren folge block party microsoft indie games mit der löser box und satschenkoller moin und wir spielen auf dem hive server block party erst nicht kennt man bekommt einen block in die hand gedrückt dann muss man sich halt auf die farbe stellen wie der block ist in allen anderen fall gut genau und ich spiele auf wunsch das alter alle damit ich spiele jetzt nicht mehr auf quake pro sondern auf 80 spiel ich also ich habe es ziemlich dezimiert ja ich auch genau am anfang ist jetzt noch ziemlich einfach weil ich hier eben diese ringe immer sind aber es wird jetzt immer aufgestückelte die farben bis irgendwann mal runter und das wort knapp also das wort knapp heilige scheiße lieben uns alle heilige sehe ich nicht bitte da also wieder alle die mitte so viel werden sterben sonst starb ich immer bei pürbel leidgruppen das merken oder ich wäre fast falsch stehen geblieben wie es ist alles offen es gibt es noch relativ große flächen es gibt es also das ist die das gibt eigentlich nur an das speed level wie schnell die blöcke dann wieder weg gehen wie viel zeit mal genau zu finden und immer wenn einer runter fällt wird das bieter erhöht ersetzt an der würde mal erhöht an jeder runde nein showbox ist es ist das junge ich bin doch drin ich bin noch strengen uiuiuiui ich kann das halte ich habe schon mal gewonnen sind jetzt fast biet ich werde runter fallen runtergefallen was sind wenn ich runter weil noch alle antworten sind alle fast alle noch üblich zwei geile scheiße gut leute ich würde sagen weiß nicht so im kurz war machen wir noch eine zweite runde bis gleich so leute hier sind wir in der zweiten runde von block party vielleicht halten wir es jetzt länger durch das wird wie gesagt immer schneller ja eigentlich gibt es noch musik dazu aber die kann ja bei youtube leider nicht verwenden deswegen gibt es andere musik so hier ist das ja genau weg hier so eine scheiße jetzt ist auch ein bisschen hart irgendwie wie kreis ok mobbing kreis mobbing kreis ich habe dieses jolo also ich habe gedacht aber ich habe gesagt das ist schlecht gewesen aus 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 als ich wusste gar nicht welches blu gemeint wurde wird es zu schluss dann wirst du demnächst vielleicht wenn du mein gott oh mein gott das war knapp ich bin erst bei braun oder irgend so was stehen geblieben ja ich auch du hast dunkles habe ich wieder neu Alter ich habe gerade gedacht ich fall runter weil das die selbe Farbe ist wie darunter nein ich werde runter fallen ja guck mal alle fallen runter alle also es gibt immer mal so viele formen die irgendwie ungünstig keine sind jetzt fast alle wieder runter und er hat gewonnen herzlichen glüge wunsch ok leute dann brauchst du hier kurz vor block party und ich würde sagen ich bin noch kurze syndicate games bis gleich so leute hier sind wir bei syndicate games sind auf dem 9 9 multi cube server so viel server genau wir hatten es ja schon mal gespielt das heißt du wirst worum es geht jawohl ich bin ich bin jetzt immer da wo du wo ich sonst nicht vorne singt die ganze kisten doch ich kenne mich eigentlich überall ziemlich gut aus weil es sucht ist nein ich das nur mit dir zusammen man ist aber irgendwie schneeball was was bringt nochmal schneeball nicht in nahlung kann irgendwie switchen oder so ja ja ich glaube schon aber das wird ja wieder schön packen das ist wohl war ich bin jetzt wieder auf meiner normalen route wo ich alle kisten abklappen und sag mal hast du schon ein eisenschwert alles naja klar als ich habe ich wirklich muss ja fährt werden ich hoffe auch was ich denke das ist unnormal was hat mich ich habe fünfzehn vier ich habe vier schwerte immer im winter nur für das also verzauberungs jetzt krieg ich so langsam ausfassen ausfassen wahrscheinlich ausfassen lecker ausfassen kann man so lecker schlürfen schlürfen ja das nee das wollte nicht mehr wissen wo ist der verkackte verzauberungstisch bitte oh bitte oh bitte oh gott nein 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 oh mein gottes oh jezus ne ein level bitte ban ok ich habe noch zwei es wird was was ok cool wird verlieren was digger ja pech haben tja das frage ich mich auch immer dann denke ich immer an dich deswegen hä was soll das denn jetzt oh nein gott ich habe einmal ban und neben ist es der gliederfüße geil he geile scheiße pvp voraussetzung nummer eins vielleicht wenig so doppelt penetrieren zwischen den schwertern wechseln warte was hier ja auf jeden fall kannst du das ja ich werde ich komme jetzt da ficken mit dem bein schwert oder anzubestimmen das ist meine lederhose digger kannst du nichts machen bei du doch also du triffst mich nicht man muss ja treffen du hast eisenschwert übertreibt doch macht warum hast du ein eisenschwert alter hattest du ein eisenschwert hattest du ein eisenschwert ja ja hast du digger ich habe dich mit dem rückstoß 1 und nehmen sie ist der gliederfüßler 1 holz schwert fertig gemacht wie schlecht bist du ja alter ja alter erlauben ich habe gerade enderpeile geworfen und dann wusste ich nicht ob ich jetzt geportet werde und nicht deswegen habe ich mich fertig in der hand hm ja sagen sie alle ähm aber äh warum verzaube ich zweimal nicht auf schärfe ich war vollkommen geflasht hä und ähm warum angriff ok leute bei schwerbox so gefällt da gibt es noch eine zweite runde revanche vor schwerbox ja so hier sind wir in der zweiten runde ach desert town und jetzt hat showbox seine revanche lol weil man so ein richtiges lunch paket kiste hier ja es hat auch keine lunch paket kiste ach ja mal kurz gucken habe ich das jetzt auf 80 man gewöhnt sich tatsächlich dran ich weiß gar nicht wie ich zu ähm krave pro gekommen bin weil eigentlich ist es ja wenn man jahrelang aufnommen ja ne was ey bleib doch kurz weg ok aber coole stuff dran leute meine kiste hat sich halt irgendwie verändert so das was war das weiß ein flash da hat auf jeden fall nicht gewirkt technisch jesus maria ne ne es reicht es reicht was soll ich denn da machen ja okay das war ein bisschen scheiße zufall dass du das genau reingesprungen bist ja ich hätte auch so kein schwert gehabt ok wegen dem zufall und meiner scheiß nubigkeit zur ersten runde gibt es noch eine dritte revanche runde und zwar auf dead island das ist die runde 30 sekunden vorbei gibt es irgendwie zwei kisten und wer davon das zufallsschwert hat gewinnt so also wer jetzt ähm 2 2 3 oder irgend sowas ja genau blockpotty zwei runden hier drei runden ihr seid erstmal gesetzt denke ich ja ich hab das wert ich kann es auch eins haben aber ich glaube es geht noch zu vergessen die rüstung bringt dir auf jeden fall was richtig viel richtig hart harter vorteil und schwert ja weil der brustpanzer schon die gute hurensohn bleib mal stehen hast du ein schwert mhm jetzt interpretieren wir mal rein ob ich jetzt ein schwert habe oder brest es juckt mich nicht du bist ja gefangen und hast du jetzt eine schlechnerung wahrscheinlich ja wie höhe 13 hattest du 3 3 aber was hat es gar keine rüstung oder hattest du was noch nein ich hab noch bestimmt schuh 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 warum schuhe scheiße noch mal verbrannt gebrannt hat ja eben warum bist du oh man so kinderwärtig ok leute wenn es euch wieder gefallen hat ähm dann lasst ein like da wenn euch das ähm ähm hier mit den 80 ähm sichtfeld hier nicht genehm ist dann sagt es auch dann ansonsten ähm ja dann bis zum nächsten mal und ciao ciao haut rein schaut rein